Ganz entscheidend war, und das sage ich ja immer, ist das Auftreten. Ausstrahlung, Charisma, auch freundlich, verbindlich, nett. Veranstaltungsbombisch, Europa-Park ist immer gut. Und es ist eine emotionale Veranstaltung, die eigentlich zu einem Produkt wie dem Europa-Park passt. Es ist für mich eine sehr angenehme Flitsche, auch bei der Miss Germany war zu sein. Das ist für mich eine sehr angenehme Flitsche. Das ist für mich eine sehr angenehme Flitsche. Das ist für mich eine sehr angenehme Flitsche. Das ist für mich eine sehr angenehme Flitsche.